Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich versuche mich mal wieder an einem Kurzwissen. Ich hoffe, es wird einigermaßen kurz und deshalb fange ich auch gleich an, auf zum Punkt zu kommen. Wenn ihr, um eure Survival-Skills auszuweiten, trainiert, mit Fallen zu arbeiten, also Falle bauen, Falle aufstellen, rausfinden, wo ist ein Wildwechsel, wo macht das Aufstellen einer Falle besonders viel Sinn. Natürlich nur für den Fall, dass ihr in irgendeine Notsituation geratet, wo ihr unbedingt, obwohl ihr keinen Jagdschein habt oder vielleicht für das entsprechende Land keine Jagderlaubnis oder irgendetwas in der Richtung, eine Situation, in der ihr unbedingt Wildtöten erlegen müsst, um halt eben selber nicht zu verhungern, dann macht das ja vom Survival-Training her ja durchaus Sinn, sowas trainiert zu haben und diese Fähigkeit, Fallenstellen zu besitzen. So weit, so gut. Jetzt ist das Problem, dass der eine oder andere Bushcrafter, der das trainiert, oder Survivalist, der das trainiert, sich eigentlich schon beim Training strafbar macht. Denn das Gesetz dazu ist ein sehr, 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 sehr strenges. Das liegt daran, dass schon sehr viel Schindluder bei der Fallenjagd getrieben wurde und da die, ja, sagen wir wie es ist, die Tierschutzlobby, nicht dass das jetzt in diesem Fall was Schlechtes wäre, sehr viel Einfluss darauf genommen hat, dass bei der Fallenjagd ganz, 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 ganz strikte Regeln gelten. Wer mit der Falle jagen darf, hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Er verwendet eine Totschlagfalle, die sofort tötet und damit kein Leiden verursacht oder eine Lebendfangfalle, die zuverlässig, ohne verletzend, ohne das Tier zu verletzen, es lebend fängt. Diese muss dann auch sehr, sehr rasch, regelmäßig kontrolliert werden. Noch weitere Auflagen sind Ländersache, aber so im Kurzgesag gibt es diese beiden Möglichkeiten. Und innerhalb eben dieser Fallen sind nur zulässig wirklich die Schlagfalle, die das Tier erschlägt mit irgendwas Schwerem, sei es einem Bügel, einem, theoretisch einem großen Stein, aber das ist auch wieder von ganz schwierig sowas. Improvisiert gibt es das überhaupt nicht, das sind alles Profifallen, die sind richtig gut hergestellt, die müssen hundertprozentig zuverlässig sein. Und das Tier immer sofort töten, damit es wirklich nicht leiden muss. Macht irgendwo Sinn, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass wir auch nicht wollen, dass die zu erlegenden Tiere unnötig leiden müssen. Zumal unnötig leiden, wichtig. Es geht ja eben auch mit so wenig Leid wie möglich, das mit also einem kurzen Schlag und das Tier ist tot. Quasi genau wie bei der Jagd mit Schusswaffen natürlich auch. Im Idealfall, sofern es dann klappt und derjenige, der jagt ein guter Schütze ist, ist ein Schuss und das Tier ist tot und kriegt schon nicht mehr mit, wie es da zappelnd am Boden liegt. Für Nichtjäger teilweise ein bisschen schwer zu ertragen, wenn man mal sieht, wie ein Reh geschossen wird, dass da noch ganz oft lange vor sich hin zuckt. Wenn ihr das mal seht, in irgendeinem x-beliebigen Video oder in einem Film oder sonst wo, oder mal selber mit auf eine Jagd geht, das Tier ist schon tot, wenn es da liegt und zuckt. Das sind nur noch die letzten Nervenbewegungen, da werden noch so Nervenimpulse vom Hirn ausgesendet. Das kriegt nichts mehr mit. Da können wir uns ziemlich sicher sein. Das ist wie mit den Hühnern, wenn man denen den Kopf abschlägt. Wer noch geschlachtet hat oder Großeltern hat, die das noch getan haben oder sogar Eltern oder sogar selber das mal gemacht hat, weist das auch, wenn du dem Huhn den Kopf abhaust oder ihm die Kehle durchschneidest oder was, dann kann es auch sein, dass es noch eine ganze Weile rumflattert und ähnliche solche Dinge. Also das ist alles schon vorgekommen. Gut, jetzt schweife ich ab, das wollte ich doch gerade in diesem Video vermeiden. Die Schlingenjagd speziell ist jetzt so ein Bereich, wo wirklich ganz, ganz viel schief gehen kann. Da kann das Tier enorm leiden, wenn es zum Beispiel nur mit der Pfote in die Schlinge gerät. Es gibt auch Fallen, die darauf eben ausgelegt sind. Und unter Umständen guckt da nur alle einmal pro Woche irgendwie der Fallensteller vorbei und das Tier verendet dann wirklich qualvoll mit der wundgescheuerten, hautaufgerissenen Pfote in eben dieser Drahtschlinge zum Beispiel, indem es verhungert, sich das Ganze entzündet. Also das ist eine sehr qualvolle Geschichte. Da gibt es viele, viele schlimme Szenarien. Oder er drosselt sich, wenn es sich um eine Halsschlinge handelt, die am Hals auch getroffen hat und nicht sonst wo. Er drosselt sich ganz langsam und qualvoll. Das ist was, das kann eigentlich niemand wollen. Ja, für Survivalzwecke, wenn man keine andere Möglichkeit hat, mag das vielleicht unter Umständen eine letzte Option zur Sicherstellung des eigenen Lebens sein. Selbstverständlich. Aber unter allen anderen Umständen, boah, so Schlingenjagd, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und genau das hat sich auch der Gesetzgeber gedacht. Und einen der vielen Absätze, ich glaube es sind 16 oder noch, oder 5, 16, 16 glaube ich, im Paragraf 19 des Bundesjagdgesetzes entsprechend angepasst. Und man muss wie gesagt nochmal dazu sagen, in diesem Fall ist es ja gut, die Tierschutzlobby hat da auch mal entsprechend mitgewirkt. Die Jäger an sich sind sich aber auch einig, dass das definitiv eine gute Regelung ist. Verboten ist, Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, Pfeil zu bieten, zu erwerben oder aufzustellen. Gehen wir das nochmal ein ganz kleines bisschen detaillierter durch. Schlingen jeder Art, also völlig egal was, ob die aus Naturmaterialien oder Draht oder was auch immer ist, wenn sie geeignet ist, dass sich ein Wild, egal welches Wild, drin fängt, dann ist es verboten, diese herzustellen. Schon allein die Herstellung für Trainingszwecke, auch im Sinne des Survival-Trainings ist, wenn man das Jagdgesetz entsprechend auslegt. Und das ist ziemlich eindeutig, dass das der ein oder andere Richter mit Sicherheit auch so tun würde, da bin ich mir wirklich ziemlich sicher, ist schon eben die Herstellung zu Trainingszwecken verboten. Weil man wirklich vermeiden möchte, dass diese Dinge auch nur irgendwie ansatzweise in Umlauf kommen. Man hat halt bei dem Gesetz nicht dran gedacht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, Survival-Training zu betreiben. Das ist in diesem Gesetz nicht vorgesehen. Natürlich darf man die Dinger dann auch nicht verkaufen, man darf sie auch nicht kaufen und man darf sie schon gar nicht aufstellen. Und das gilt auch dann, wenn man sie nur ganz kurz aufstellt, um zu testen, ob sie denn funktionieren und nur einen Stock in Anführungszeichen damit fängt, um zu testen, okay, in einem Ernstfall hätte das jetzt mit dieser Falle möglicherweise funktioniert, dass ich damit tatsächlich ein Tier erlegt hätte. Sowas ist schon verboten. Das Ganze ist in Anführungszeichen nur eine Ordnungswidrigkeit, wenn ihr sowas macht. Das Aufstellen zu Trainingszwecken in Anführungszeichen. Solltet ihr damit natürlich was erlegen, das ist selbstverständlich Wilderei. Aber nur das Hantieren, das ist schon strafbar. Was das kostet, kann ich euch nicht sagen, aber es ist vielleicht einfach mal so just to know. Ganz interessant, wie drastisch das mit diesen Schlingfallen geregelt ist. Es gibt demzufolge auf YouTube den einen oder anderen, der sich mit dem einen oder anderen Video, in dem er solche Schlingfangen herstellt, da gibt es ein paar, nach deutschem Jagdgesetz eigentlich, ja, strafbar kann man nicht sagen, wenn es nur eine Ordnungswidrigkeit ist. Ich weiß nicht, ob das strafbar der richtige Begriff ist. So verjurist bin ich nicht. Aber im Prinzip, wenn jemand wollte, dann könnte er unter Umständen das schon als Material benutzen, um da entsprechend eine Anzeige aufzugeben. Theoretisch, praktisch, weiß ich nicht, ob das jemals vorkommen wird oder schon vorgekommen ist. Ich möchte einfach nur, dass ihr es wisst. Jetzt wisst ihr es und könnt euch entsprechend verhalten. Mir wurscht, wie ihr damit umgeht. Ich wollte es einfach nur just to know gesagt haben. Macht's gut.